also erstmal herzlich willkommen zurück wie beim letzten mal angekündigt machen wir jetzt hier war genau denn also ich habe es ja beim ersten mal anspielen fast durchspielen halb durchspielen habe ich ja eher so gemacht dass ich die gebiete am stück komplett aufgeräumt habe bevor ich dann irgendwie weitergelaufen bin ich möchte das jetzt mal ein wenig schneller vorantreiben und öfters mal einfach zwischen den gebieten hin und her springen und ja darum also gehen wir jetzt schon nach valrojo ohne jetzt dann hier erst noch weil die hinterlands die haben wir noch nicht mal zur hälfte glaube ich aber ist ja auch egal also the remaining chandry clerics have declared the inquisition heretical attempts to gather allies against the breach have been rebuffed and at this moment we could not step foot into the capital without being attacked by a mob or arrested we must convince the chandry to permit us entry into the city so we can show them the herald of andraste is not the monster they believe let us feel the cbc ich habe keine ahnung was we sind let's do it having the herald address the clerics is not a terrible idea you can't be serious mother giselle isn't wrong at the moment the chantry's only strength is that they are united in opinion and we should ignore the danger to the herald let's ask him what can they do it's just talk don't underestimate the power of their words an angry mob will do you in just as quickly as a blade i will go with him mother giselle said she could provide us names use them but why this is nothing but a what choice do we have liliana right now we can't approach anyone for help with the breach use what influence we have to call the clerics together once they are ready we will see this through genau ja ja das haben wir schon alles gelesen confirm let's face und außerdem da kriegen wir ein neues party mitglied nach einer weile so jetzt kommt erstmal wieder ewige lange lade bildschirme the lost art of the veil fire und schon ist es weg warum steht da so viel text wenn ich eh nicht die zeit bekomme es zu lesen stattdessen und steuere ich einen schwarzen bildschirmen die stadie ist immer noch äh o just a gasseaker what i think they all know who we are your skills of observation never fail to impress me very my lord has you're one of liana was a you found the chantry mother's awake to Wie sie da lang stolziert. Na gut, die Animation. Wie kann ich da jetzt... Ich wollte mich da jetzt einmischen, aber irgendwie ging das und hat Beschiss. Na gut, also ich tippe die ganzen Dinger hier mal an. Ohne das vorzulesen, aber es gibt ja Erfahrungen drum. Muss das jetzt einfach mal sein. Hier gibt es übrigens ziemlich viel zu lesen. Da ist ja noch ein paar. Oh, das ist aber gleich richtig viel. So, da steht dummerweise was davor. Ja, aber die Statuen, die gucken wir wenigstens mal kurz mit an. Das ist schon... Also was die da designt haben, das finde ich schon ziemlich geil. Da hat sich Bio ja schon echt Mühe gegeben. Die Umgebungen, das Artwork, also ist schon sehr geil. So, aber wisst ihr was, wenn wir die... Gehen wir erstmal weiter, weil wir kommen hier dann irgendwann eh mitten in die Geschichte rein und werden rausgerissen. Also rennen wir einfach mal direkt hier her. Ja, das ist schon sehr geil. Nein mehr. Sieh, der so-called Herald von Andraste, aufzunehmen, wo unsere Lieblingsfalle fiel. Wir sagen, das ist ein falsches Prophet. Der Macher würde sagen, dass kein Dwarf in einer Zeit des Neid. Du rassist. Du sagst, ich bin der Mann. Der Macher ist unser wahrer Mann. Wir müssen uns umgehen, um es zu stoppen. Es ist wahr. Die Inquisition will nur enden diese Madness, bevor es zu weit ist. Es ist zu weit ist. Die Templer zurück in die Chantrie. Sie werden diese Inquisition enden, und die Leute werden wieder sicher sein. Ich hab das jetzt schon so oft gesehen. Das ist immer noch so... Ach, krass. Stille dich selbst. Sie ist hinter uns. Ja, eigentlich würde das ja zu uns passen, ne? Das ist aber eher charakterlich, glaube ich so. So, einfach mal ein bisschen pompös die Faust hebeln und... Aber ja, dann würden wir ja... Nee. Weil wir mögen die Frau ja auch nicht. Also... How dare you? Ähm... You're not here to deal with the Inquisition. As if there were any reason to. Warum schreit denn der so, der Zwerg, hä? Lord Seeker Lucius. Es ist imperative, dass wir mit... You will not address me. Lord Seeker? Wenn Sie einen heretischen Bewegung haben, um einen Puppet zu stellen, als Andraste der Propheten von Andraste, Sie sollten sich schuldig sein. Sie sollten alle schuldig sein. Die Templer haben niemand verletzt, als sie die Chantrie verlassen, um die Mäge zu verletzen. Sie sind diejenigen, die verletzten. Sie, die unsere Wälder von unseren Wäldern mit Angst und Angst haben. Wenn Sie sich die Chantrie zu verletzen, sind Sie zu lange. Die einzige Schöne zu verletzen ist, ist meine. Wenn Sie nicht hier helfen, um die Chantrie zu helfen, dann kommen Sie einfach zu machen. Ich komme, um zu sehen, was die alten Frauen gefährdet, und zu lachen. Aber Herr Seeker, was er wirklich von der Mäge zu verletzen? Was, wenn... Sie sind auf eine größere Wälder. Sie sind nicht zu fragen. Ich mache die Templer-Wälder eine Macht, die sich allein gegen die Vöid befinden. Wir verdienen die Verwärmung. ist ja nicht so, dass er jetzt großartig was vorzuweisen hat, ne? Aber er sagt mal, boah, er hat nix geschaffen. Ich hätte mal gesagt, ja! Und ja, wirklich, also da steckt noch was dahinter. Ja. 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 Okay, also im Endeffekt war das hier ein Ausflug für nichts. Fast natürlich nur. So, jetzt mach ich mal, ähm, schnell diese Dinger hier durch. Jawohl. Jawohl. Ja, genau so ist es. Ach, hier ist er ja. Ja, genau. Das ist ein Hinweis von... einem neuen Charakter, den wir dann... Oh, die Fresse. Ach, was. Ach, was. Ach, was. Ja. 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 Warum so energisch? Welche reverter Mutter, die Justinia auf der Konklappe folgte, hat am Konklapp. Was von uns und deiner Inquisition ist jetzt in den Händen der Händen. Wie viele Templarer haben die Chantry genau aufgewachsen? Sie rebelleden über Thedas. Einige bleiben lieben, aber es ist nicht genug, um sie zu nennen. Die Spiegel hier in der Kapitel war die größte garrison. Aber jetzt steht es leer. Vielleicht werden mehr zu den Bannern der Lordseeker jetzt gehen. Wie weit die Hoffnung hat, habe ich gefragt. Wo ist der Lordseeker in den Templars? Ich kann nicht anfangen zu wissen, was der Lordseeker ist. Er hätte nicht mehr komplett verabschiedet. Daher muss es sein, was wir nicht sehen können. Muss es? Die Rebellion sieht sehr populär in bestimmten Bereichen. Nichts, Sieker? Er macht die Templars in eine neue Macht. Echt wirklich noch schlimmer, als er ein Rival zu der Chantry selbst. Das sind ja mehr geworden. Oh Mann. Aber den haben wir gerade gefragt. Was ist das? Was hast du erwartet, dass der Lordseeker genauer der Lordseeker machen würde? Er hat seine Krieg gegen die Magier, und er hat einen gemeinsamen Ziel gegen etwas mehr schwer. Obviamente, er hat andere Pläne. Mit den Königern, der Vigilanz gebeten in der Konklaven, gibt es nichts mehr, was wir tun können. Vielleicht gibt es etwas, was wir tun können. Ich würde das glauben glauben, Sieker zu glauben. Ich würde das wirklich glauben. Ich glaube, wir können uns überwarten, die Magier von ihm verabschieden. Und noch mehr Chaos. Wie reagieren die Leute zu all das? Schmerzen. Schmerzen. Wir schüren ihre Heiligkeit. Die Leute schauen auf den Blumen und fragen, wie lange bevor der Terror kommt für uns alle. Es muss ein Weg durch das. Ist das du? Die Templars? Die Makers gewinnen? Nein! Nein! Ja, also ganz klar. Wir haben so die Position, dass wir das Loch im Himmel, was man hier gar nicht sieht, schließen wollen. Der Seeker-Typ da hat die Position, dass er einfach alle Magier niederschmettern möchte. Ja, in der Hoffnung, keine Ahnung, hat er dabei die Hoffnung, dass das vielleicht auch was bringt? Dass es dann das große Loch kaputt macht? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber ist das, was sie sagen, real? Die Inquisition wird das Loch in der Erde fixiert? Ja, das ist der Plan. Ich werde es versuchen, zumindest. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Chantre ist nicht. Die Templars. Die Templars. Andraste. Ich habe nie gedacht, dass sie uns abhörten. Listen. Deine Camp brauchen. Ich habe Kontakten. Wir werden da in den Tagen. Undraste. Sie wollen helfen, die Inquisition. Ich habe nie gehört, dass sie so großartig sind. Aber wenn Sie die Inquisition werden, wenn Sie die Inquisition zerstören, ich will helfen. Was denkst du, Cassandra? Ich denke, die Frau fragt dich und nicht mich. Na ja, er ist... Der Herald von Andraste. Ja. Ich verstehe. Haven ist ein Schuss. Aber wir werden nicht niemanden helfen, zu helfen. Ich erinnere dich, wenn es dir gefällt. Es gefällt mir. Gehe nach Haven, dann. Wir brauchen gute Leute. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber es wird schön sehen. Danke. Oh, und gleich noch mehr Power. Sehr schön. Ja, wir können Agenten rekrutieren, die irgendwas für uns tun. So, was steht hier jetzt so rum? So, was steht hier jetzt so rum? Ein bisschen... Geschichte. Ja. Nein, lesen wir nicht. Äh, hier ist nichts. Der Chantry hat sich nur selbst hilfreich gezeigt. Die Templer haben sich nicht so getäuscht. Du bist der Herald von Andraste, oder? Ich habe eine Verwaltung für dich. First Enchanter Vivienne. Ah ja, genau. Übrigens ein weiterer neuer Charakter. Also ich habe ja ehrlich gesagt kein Problem, das auch auf Englisch vorzulesen. Aber das hat dann doch recht viel. Auf Deutsch wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Fast Travel. Also da kann ich jetzt dann da hoch. Hier ist noch was. Examen. Was könnte ich denn hier examinieren? La Pomme vie est morte. Ja. Apfelbaum oder so, ne? Ist hier noch irgendwas? Hier rennt er hinten rum. Ha! Ihr Lammweiler! Sprick doch einfach über die Hecke. Schau, die ist stabil. Ähm, okay. Okay, also. Jetzt mache ich mal noch schnell eine kleine Pause, denke ich mal. Noch irgendwas zum Lesen. Und dann gehen wir beim nächsten Mal da diesen, da sieht man schon links auf der Karte, diesen Dingern nach. Also der Einladung von Red Jenny. Und da konnten auch noch ein bisschen Walroyo und sammeln Sachen auf und so. Bis dahin. Tschö. Malarin. Tschö. Ma es ist ein villager.